Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 8. Juni 2018 Bei Sonnenaufgang geht die Tirkzeitzeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen die Bedürfnisse nach Klarheit, nach Wahrheit, nach Orientierung, aber auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden. Für die Zwillingsgeborenen ist jetzt gerade sehr wichtig etwas zum Klären oder einen klärenden Gespräch führen oder ein Termin, was die Zwillingsgeborenen auf jeden Fall wahrnehmen möchten. Wenn das um Gerechtigkeit geht, dann ist etwas unklar, undeutlich und es ist schwierig, die Rechte zu bekommen. Etwas bremst es oder jemand bremst diese rechtliche Lage oder stoßt um das Gesetz und die Zwillingsgeborenen erleben das als Ungerechtigkeit. In die Liebepartnerschaft kommt alles im Fluss und es ist sehr gefühlsvoll, aber es kommen auch Erinnerungen, alten, verletzten Gefühlen und hier haben die Zwillingsgeborenen eine Aufgabe, das zu verändern. Entweder beenden etwas oder das Loslassen und neu orientieren. Kraft und Mut haben gerade die Zwillingsgeborenen etwas zu bewältigen, ihren Ideen umsetzen im Tat. Eine männliche Person kann auch einen guten Einfluss nehmen auf die Geschehen in allen Ebenen. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, die Werte und die Wertschätzung, auch die Finanzen, aber auch Liebe Partnerschaft. Die Krebsgeborenen haben eine sehr schöne, starke Liebesenergie. Wenn es um eine männliche Person geht, das kann die Liebe Partnerschaft betreffend sein oder in anderen Angelegenheiten, kann natürlich bedeuten, dass Einfluss kommt von außen von einer männlichen Person und das verunsichert eher die Krebsgeborenen, obwohl die Liebesenergie sehr stark spürbar ist und damit haben die Krebsgeborenen Glück. Die Gespräche sind mit Leichtigkeit und etwas klärt sich auf, auch bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Löwen geboren haben noch eine karmische Aufgabe. Die Suche nach der Berufung, die Suche nach der Liebe Partnerschaft, der Seelen Partnerschaft und natürlich kommen karmische Erinnerungen, aber auch karmische Begegnungen. Das ist das Prozess, was die Löwengeborenen gerade erleben. Ein klärendes Gespräch ist möglich oder eine gute Nachricht, weil dann kommt die Wahrheit ins Licht. Die Löwengeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten und überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu fehlseitig ist, kann passieren, dass die Löwengeborenen verlieren die Kraft und fühlen sie sich müde, erschöpft. Und dann brauchen sie auch den Rückzug und auch mal das Zuhause genießen. Kleinere Veränderungen sind möglich und auch Kontakte in vertrauter Umgebung wie Nachbarschaft oder ein Besuch von Verwandtschaft. Die Tilgreich zeichnen Jungfraugeborenen haben gerade tolle Ideen. Die sind unsicher und sie wissen nicht, ob das richtig ist oder nicht, sollen sie das umsetzen und fragen nach einem Rat. Ist aber nicht ratsam, weil die andere versteht das nicht oder haben andere Meinung. Und es ist sehr schwierig, etwas zu klären oder den anderen überzeugen davon. Also ich empfehle für die Jungfraugeborenen, wenn sie etwas vorhaben, dann lieber schweigen. In die Liebepartnerschaft haben die Jungfraugeborenen Glück und hier ist auch wichtig, welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Weil das kann zu Unsicherheit führen oder dass es auch zu viel ist und fühlen sich die Jungfrau geboren, auch müde und erschöpft. Und auch wichtig zur Zeit ein gewisser Rückzug, die Zuhause genießen oder Zuhause aufräumen, Ordnung machen oder eine kleinere Veränderung, eine neue Einrichtung. Es ist alles möglich gerade und es ist auch die richtige Zeitqualität. Und bei einer oder anderen Jungfraugeborenen kann auch ein Umzug bedeuten. Also mit Verträgen, weil das kann ein Nachteil sein. Alles was die Finanzen betrifft, überlegen, ob man das wirklich unterschreiben soll. Und Verträgen wie Mietvertrag, Kaufvertrag oder Arbeitsvertrag, das lieber nochmal überprüfen. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen, verspüren die schöpferische Kraft und haben tolle Ideen, auch die Kraft und die Mut, das Umsetzen im Tat. Und das kann auch Freizeit sein, kann auch die Berufung sein und da haben die Wagengeborenen Glück gerade, wo ein gewisser Einschränkungen ist. Das sind die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch, bis das alles in Form kommt. Aber eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein Vertrag oder ein Termin kann auch passieren bei vielen Wagengeborenen gerade. Die Wahrheit kommt ins Licht. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, haben eine schöne Liebesenergie und es ist wirklich eine fließende Energie. Also Vertrauen bleiben, dass alles in Harmonie kommt und die Zeit in die Liebe, Partnerschaft auch genießen. Was wichtig ist für die Skorpiongeborenen, die Kontakt aufbauen mit jemandem, weil es ist jemand da, der wartet auf eine Nachricht. Also nicht einschlafen lassen, sondern kontaktieren, die Verbindung suchen und dann kommt das alles im Gleichgewicht, kommt alles in Harmonie. Die Skorpiongeborenen sollen auf die Gesundheit achten, weil sie fühlen sich zur Zeit sehr müde und erschöpft. Dann brauchen sie auch die Rückzug, brauchen sie eine gewisse Ruhe. Bei Tierkreis zeichnen Schützengeborenen sind zwei Themen wichtig und beide möchten sie in Ordnung bringen. Die eine ist die Beziehung, die andere ist die Arbeit. Und in beiden Positionen sind die Schützengeborenen gerade aktiv. Es sind Möglichkeiten, da auch die Mut und die Kraft, all das zu bewältigen. Aber wichtig auch, die Kontakte suchen, die Gespräche suchen, auf anderen zuzugehen oder zuhören, was der andere meint. Also die Kontakte sind auch sehr wichtig. Bei Liebepartnerschaft fühlen sich noch unsicher die Schützengeborenen, obwohl das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade da, die Sicherheit, Stabilität zu verspüren oder etwas aufbauen in Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen ist etwas speziell, weil die Steinbockgeborenen haben Prozesse. Erstes Mal ist wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte, Träume auch mal ernst nehmen und als Ziel setzen. Mal kleinere Ziele und dann größere Ziele und es auch erreichen und nicht aufgeben. Daran liegt gerade die Kraft oder so können sich beweisen, gerade die Steinbockgeborenen. Was auch noch wichtig ist, die Vergangenheit aufräumen. Entweder befestigen etwas, was wichtig ist, wieder die Kontakte aufbauen, Freundschaften pflegen oder eine Versöhnung. Und wenn das störend ist, weil dann kommen verletzte Gefühle hoch, dann lieber das beenden und davon verabschieden. Das loslassen, weil es ist eine störende Energie. Damit verlieren die Steinbockgeborenen gerade die Kraft. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen, haben Kraft, Mut und auch tolle Ideen, das im Beruflichen umsetzen. Und es ist schon ein beruflicher Erfolg, weil die Wassermanngeborenen werden gerade wahrgenommen, bekommen Termine, schönen Gesprächen, klärt sich etwas auf. Und sie erleben oder erfahren jetzt gerade die Wahrheit. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, ist eine schöne Liebesenergie. Und sie sollen auch das vertrauen, nicht nur Liebesenergie, sondern auch ein Heilenergie. Und die Fischengeborenen sollen intuitiv handeln und sich nicht zweifeln. Aber die Gespräche meiden alles, was sie gerade vorhaben, weil sie leben, auch gerade ihren Träumen, Besonderes, was die liebe Partnerschaft betrifft, da eher schweigen, nicht zu viel reden, weil die andere versteht das nicht oder kommt keine Antwort. Und dann führt das alles zu Missverständnissen, wo sie aber Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft. Nur die klärenden Gespräche ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für die Fischengeborenen. Bei Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und ist die Kraft da auch schöne Gespräche, auch Termine oder einen Vertrag. Und das können die Wiedergeborenen auch unterschreiben, weil das ist gerade eine gute Energie bei Handlungen, bei schriftlichen Sachen und auch bei Verträgen, auch bei Gesprächen. Und die Wahrheit kommt hier auch ins Licht. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, haben Glück in die liebe Partnerschaft, auch bei den Gesprächen klärt sich etwas auf, aber sie fühlen sich sehr müde, erschöpft und brauchen momentan die Ruhe. Und diese Ruhe, dieser Rückzug sollen die Stiergeborenen auch genießen. Und das war mein Tageshoroskop, noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mailsberatungen und es funktioniert folgendermaßen. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Fragen und Sie bekommen blitzschnell eine Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.